Jakob Böhm war in der Zwischenzeit wieder deutlich zu Kräften gekommen. Die Entdeckung, dass ihm rätselhafte Heilkräfte verliehen waren, hatte auch in seinem speziellen Fall, wie man so sagt, Wunder gewirkt. Mittlerweile kamen täglich Dutzende, Jahrhunderte zum Forsthaus Staufkoglerau gezogen. Die wenigsten bekamen den einstigen Förster noch persönlich zu Gesicht. Die Zeiten waren längst vorbei, da der Alte in seinem Bretterverschlag gelegen hatte, hohlwangig, murmelnd und stinken wie ein Illtes, aber für jedermann frei zugänglich, der ein Gebrechen, eine Sorge oder eine Gewissensnot mit sich herumtrug und sie mit Hilfe eines Schlucks gesegneten Wassers oder des Anblicks des Heiligen loswerden wollte. Anfangs hatte ihn der Lärm gestört, mit Gebrumm und heiserem Gebell hatte er die Gläubigen beschimpft, sie seien alle Saubären und Huren und weh ihnen, wenn die Jungfrau in ihre schwarzen Herzen schaue, die werde sich mit Grausen abwenden. Das hatte nur kurzfristig geholfen, nach einer Weile ergriffenen Schweigens war der Radau nur doppelt so laut über ihn hereingebrochen. Doch über kurz oder lang waren die ergriffenen Schluchzer, das Dankesgestammel, die Jubelrufe auch für seine mit Trübsal, Wirrnis und Rauschmitteln zugebackenen Wahrnehmungsorgane nicht mehr zu überhören gewesen. Er fand zunehmend Gefallen daran, den Leuten die Hand aufzulegen, ihre trüben Augen zum Erstrahlen, ihre lahmen Beine zum Springen und ihre grämlichen Gesichter zum Leuchten zu bringen, ihre schmerzgebeugten Rücken aufzurichten und ihre scheuen Huldigungen entgegenzunehmen. Bald schmeckte ihm auch das Essen wieder und auch sein Gefühl für Körperhygiene kehrte zurück. Er hätte sich sogar den grauen, verfilzten Bart abrasieren lassen, doch das konnte Hirsch ihm ausreden, der ihn auch davon überzeugte, seine löchrige und dreckverkrustete Lodenjoppe gegen eine Franziskanerkutte aus schwerem Sackleinen zu tauschen. Böhm zog wieder ins Forsthaus, das er nur selten und nie ohne Begleitung eines der Buben verließ, um in Ettengrub und Umgebung trostbedürftige Menschen gegen eine nicht unbeträchtliche Summe Geldes die heilstiftende Wirkung seiner Gegenwart spüren zu lassen. Die Erben eines solchen Spenders, der wenige Tage nach dem Besuch des Heiligen um einige Tausend Mark erleichtert einem Krebsleiden erlegen war, hatten den Wunderheiler schließlich bei der Polizei angezeigt, woraufhin Kreiskommissar Kastenbauer ihn wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz in Haft nehmen hatte lassen. Der Ettengruber Pfarrer, sein alter Feind, hatte die Vermutung, er habe seinerseits bei der Polizei wegen des komischen Heiligen vorgesprochen, stets heftig bestritten, aber damit nur bei wenigen Glauben gefunden. Dem Roten Gustl hatte der Aufstieg des frommen Frasters anfangs gar nicht gefallen. Nicht nur, weil dieser ihn in der Gunst der katholischen Bevölkerung auszustechen drohte. Hirsch hatte obendrein unten im Dorf zu verbreiten begonnen, Böhm habe den Roten Gustl zur Umkehr und Einsicht in seine Sünden bewogen. Immer öfter begegnete er in den Blicken der Ettengruber anstelle des früher allgegenwärtigen und ihm mittlerweile schon gänzlich selbstverständlichen scheuen Respekts einem merkwürdigen, fast herablassenden Einverständnis, einem durchaus gutmütigen Platzmachen für ihn in ihren Reihen, das sich obendrein, und das machte es für ihn völlig unerträglich, eine Spur Mitleid mischte. Aha, schienen sie ihm stumm zu sagen, hast es am Ende also auch eingesehen, bist also auch nur ein armer Sünder, wie wir alle soll uns recht sein.